Hallo Spielefans und wie immer herzlich willkommen zum Spiele Podcast von Schmidtspiele. Heute stelle ich euch die Erweiterung zu die Tavernen im Tiefen Tal vor, Zimmer frei. Solltet ihr die Tavernen im Tiefen Tal noch nicht kennen, dann schaut euch bitte erst einmal das Video dazu an, denn in diesem Video werde ich nur auf die Neuerungen der Erweiterung eingehen. Durch Zimmer frei erhaltet ihr gleich vier neue Module, mit denen ihr das Spiel erweitern könnt. Dabei könnt ihr frei wählen, wie ihr die Module miteinander kombiniert. Ihr solltet euch aber bewusst sein, dass je mehr Module ihr nutzt, das Spiel umso herausfordernder für euch wird. Aber schauen wir uns einfach einmal alle Module einzeln an. Das Lied vom Wein ist Modul A und durch dieses Modul erhaltet ihr nun einen Weinkeller und Sommeliers und Quacksalber halten Einzug in eure Taverne. Die Sommeliers und Quacksalber sortiert ihr einfach so, wie ihr es hier seht, in eurer Auslage und jeder Spieler erhält einen Weinkeller, den er hier neben dieses neue Spielmaterial aus dem Modul B anlegt. Außerdem erhält jeder Spieler noch zwei rote Weinmarker, die ihr auf den Weinkeller legt. So einen Sommelier könnt ihr für drei Duplonen im Spiel erwerben und solltet ihr im Laufe des Spiels so einen Sommelier ziehen, dann legt ihr ihn rechts neben euren Weinkeller. Und sobald alle Tische in eurer Taverne besetzt sind, dann prüft ihr, wie viele Sommeliers jetzt neben eurem Weinkeller liegen. Liegt hier genau ein Sommelier, so nehmt ihr jetzt einen Weinmarker und legt diesen auf das Würfelsymbol des zuletzt erschienenen Gastes. Und sollten hier zwei oder mehr Sommeliers liegen, dann legt ihr jeweils einen Weinmarker auf die letzten beiden Gäste. Diese Weinmarker ersetzen quasi die Würfelergebnisse für euch, da sich die Gäste bereits im glückseligen Weinrausch befinden. Den Weinkeller könnt ihr übrigens für neun Duplonen aufwerten. Und für jeden Sommelier, den ihr dabei abgebt, könnt ihr die Kosten um jeweils drei reduzieren. Wertet ihr euren Weinkeller auf, besitzt ihr fortan automatisch einen Sommelier. So einen neuen Quacksalber könnt ihr natürlich mit Bier in eurer Taverne locken. Erwerbt ihr so einen Quacksalber, dürft ihr allerdings in dieser Runde keinen Gast erwerben. Und zieht ihr im Laufe des Spiels einen Quacksalber, so legt ihr diesen einfach rechts neben euer Bierlager. Während der Phase F, also wenn serviert wird und ihr eure Aktionen durchführt, dürft ihr dann für jeden Quacksalber, der hier rechts neben eurem Bierlager liegt, eine Duplone nehmen. Oder ihr dürft die Sofortaktion eines eurer Gäste kopieren. Dafür müsst ihr dann allerdings den Quacksalber zurück in den allgemeinen Vorrat legen. Modul B, ein Zimmer darf sein, erweitert dann eure Taverne mit Gästezimmern. Nehmt dazu einfach dieses Gästezimmertableau und legt es mit dieser Seite nach oben oberhalb eurer Taverne an. Jeder Spieler erhält dann außerdem so einen Reservierungsmarker, den ihr in das zweite Gästezimmer legt. Außerdem erhält jeder Spieler dann noch einen dieser neuen Facher. Diesen Facher legt ihr einfach bereits zu Spielbeginn auf euren Ablagestapel. Durch die neuen Gästezimmer ladet ihr nun die Adeligen dazu ein, eine Nacht in eurer Taverne zu verbringen. Und dazu nehmt ihr den ersten Adeligen, den ihr zieht und legt diesen unter eines der Zimmer. Dabei dürft ihr frei wählen, unter welchen Raum ihr den Adeligen legt. Und alle übrigen Adeligen spielt ihr einfach wie gewohnt. Und sobald ihr in der laufenden Runde einen Würfel unter eurer Taverne legt, der dieselbe Augenzahl zeigt wie der belegte Raum, dann erhaltet ihr den in dem Raum angegebenen Bonus. In unserem Beispiel kann ich jetzt meinen Tresormarker und meinen Biermarker um ein Feld voran bewegen. Das Praktische dabei ist, dass der Würfel nicht verbraucht ist, sondern ihr könnt ihn wie gewohnt weiter für andere Aktionen einsetzen. Eine detaillierte Erklärung aller Gäste Zimmerbonusaktionen findet ihr auf Seite 3 der Spielanleitung. Und solltet ihr im Laufe des Spiels acht Gulden zahlen, um euer Tableau aufzuwerten, so könnt ihr von nun an nicht nur den ersten Adeligen, sondern auch den zweiten in einem eurer Räume unterbringen. Zieht ihr euren Facher, so legt ihr diesen wie jeden anderen Gast an einen leeren Tisch und aktiviert ihr ihn, dürft ihr dann euren Klostermarker um ein Feld voran bewegen. Durch Modul C, ein Wirthatzfein, schlüpft ihr nun in die Rollen unterschiedlicher Wörter mit unterschiedlichen Eigenschaften. Müscht dazu zunächst alle Wirtsplättchen und verteilt dann an den Startspieler drei Plättchen. Dieser sucht sich nun eines dieser drei Plättchen aus, was er für sich behält und gibt die beiden übrigen Plättchen an den nächsten Spieler weiter. Dieser zieht ein Plättchen nach und wählt nun seinerseits aus diesen drei Plättchen ein Plättchen, welches er behält. Dies wiederholt ihr so lange, bis jeder Spieler ein Wirtsplättchen besitzt. Dieses Plättchen legt ihr dann hier links neben eurem Gästezimmertableau an. Und jeder Spieler besitzt nun eine besondere Eigenschaft. So könnt ihr zum Beispiel die Kosten für Gäste und Adelige reduzieren oder ihr bekommt zum Beispiel jede Runde einen Schuldschein mit besonderen Fähigkeiten. Eine genaue Erklärung aller Eigenschaften findet ihr auf Seite 6 der Spielanleitung. Spielt ihr mit dem entsprechenden Modul aus dem Basisspiel, legt außerdem jeder Spieler so eine Kritikerin zu Beginn des Spiels auf seinen Ablagestapel. Und zieht ihr sie, setzt ihr sie wie gewohnt an einen leeren Tisch und wenn ihr sie aktiviert, dürft ihr euren Ruf um zwei Felder verbessern. Durch Modul D, das Dorf, es ist mein, fügt ihr nun dem Spiel spannende Aufträge hinzu. Müscht dazu einfach zu Beginn des Spiels alle Aufträge und zieht dann drei Aufträge zufällig, die ihr mit der etwas dunkleren, mit den Pfeil versehenen Auftragsseite nach oben so an die schriftfreuen Leiste anlegt. Dann zieht ihr drei weitere Aufträge und legt diese mit der etwas helleren Belohnungsrückseite so an. Außerdem legt ihr für jeden Spieler in jede Reihe einen verdeckten Auftragsmarker. Wann immer es einem Spieler gelingt, einen Auftrag zu erfüllen, nimmt er diesen Auftragsmarker und legt diesen aufgedeckt rechts neben die Belohnungsseite. Und wenn er dann die Belohnung in den entsprechenden Phasen nutzt, hier zum Beispiel in Phase E, dann nimmt er den Marker und legt diesen unter seine Taverne. Bei Spielende erhaltet ihr so für jeden gesammelten Marker fünf Extrapunkte. Jeder Auftrag darf natürlich nur einmal von jedem Spieler erfüllt werden. Gelingt es euch sogar alle Aufträge zu erfüllen, erhaltet ihr als Belohnung eine Bürgermeisterin, die ihr gleich oben auf euren Nachziehstabel legt. Und durch die Bürgermeisterin dürft ihr sofort die Aktion Taverne aufwerten oder Mitarbeiter einstellen kostenlos nutzen. Dafür erhaltet ihr allerdings keinen Adeligen. Spielt ihr dann die Bürgermeisterin, könnt ihr sie mit jedem beliebigen Würfel bedienen und erhaltet dann so viele Duplonen, wie der Würfel anzeigt. Ihr seht also, diese Module bieten euch wirklich spannende Erweiterungsmöglichkeiten, die sich sehr schön in das Spiel integrieren. Die Taverne im tiefen Tal, zimmerfrei, die erste Erweiterung für zwei bis vier Spieler ab zwölf Jahren. Ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Pion.